Am späten Freitagabend kommt es in Bonn im Bundesland Nordrhein-Westfalen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mehrerer Beteiligter mit Verletzten, deren Ursachen und Zusammenhänge aktuell nur spekuliert werden können. Die erste, sehr unklare Situation beginnt vor einer Merkur-Spilothek, wo sich mehrere Personen aus bisher völlig unklarer Ursache mit gefährlichen Gegenständen verletzen. Etwa eine halbe Stunde später, im Innenstadtbereich von Bonn, kommt es zu einer weiteren gewaltsamen Auseinandersetzung mit weit über 30 Beteiligten. Aktuell verhält sich die Berichterstattung der Polizei ermittlungstaktisch sehr reduziert, warum nur spekuliert werden kann, ob und wie die Ereignisse überhaupt zusammenhängen. Mehrere Polizeieinsatzkräfte vor Ort bekamen die Situation schnell in den Griff. Die Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt die Einzelheiten, nach bisherigen Zeugenaussagen kam es wohl zu mehreren Verhaftungen.